Wir wollen die Zukunft des Volleyballs verbessern. Das ist unser Ziel. Gemeinsam leben wir die große Volleyballfamilie im NWVV. Wir fördern insbesondere die Jugendarbeit, um später ganz groß rauszukommen und Perspektiven zu bieten. 25. NWVV-Peach-Volleyballfinale hier am Steintor in Hannover. Wir schaffen Räume für Kreativität, Bildung und persönliche Entfaltung. In der Jugend, im Leistungssport und im Breitensport. Wir befinden uns hier in der C-Trainer-Ausbildung. Wir werden sie hier technisch, taktisch ausbilden. Wir leben die Gemeinschaft und das gemeinsame Engagement. Vielfalt ist für uns ein hohes Gut. Bei uns ist jeder willkommen. Wir unterstützen eine aktive und lebensfrohe Integration im Volleyball. Ob am Strand oder in der Halle. Stets mit lockerer Fröhlichkeit und einem Lächeln im Gesicht. Wichtig dabei, gemeinsam. Als große Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballverband. Stets mit lockerer Fröhlichkeit und einem Lächeln im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie. Stets mit lockerer Fröhlichkeit und einem Lächeln im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie im Nordwestdeutschen Volleyballfamilie.